Ich glaube heute Nacht kam jemand rein, hat mir massiv die Baseballschläger einfach in die Kniekehle reingeprügelt und heute Morgen fragte ich so, wo kommt eigentlich meine Kniekehle her? Wo kommt die denn her? Wo kommt die denn her, Mensch? Massivste Schmerzen, auf jeden Fall ist Eugen Ader oder so gerissen bei mir in meinem Urberschenkel. Okay. Richtig lila, blau, schwarz. Also hier 200 Meter wäre was. Jo, dann gehen wir nochmal hin. Unsere Mate scheint gerade irgendwie, ah jetzt okay. Ein effektiver Hakan. Ein effektiver Hakan in der Hazard-Zone. Jetzt habe ich gerade erschossen, das fühlte sich mal. Ich habe einen Spieler getötet, hier hinten ein Spieler. Noch einen Spieler getötet. Hör mal auf. Junge. Noch einen Spieler getötet. Noch einen Spieler getötet. Noch einen Spieler getötet. Ich bin disgusting. Hör auf. Holy shit. Mach weiter zu. Noch einen Spieler getötet. Da hinten kommt ein neues Team. Digga, was passiert hier gerade? Let's go. Let's go. Ich habe das Clip. Ja, ich habe ein Clip. Jo, da. Anderen Spieler auch tot? Alles klar. Du machst einfach zwei Squads. Mach mal kurz das Game allein, wenn es für dich passt, ja? Ja, klar. Wir liefen einfach mal alle schnell. Lieft mal schnell. Mehr Platz für dich. Und deine Größe. Hat einer von den Deadern neben? Mit irgendwelchen Waffen? Ja, ich habe halt meinen Main. Da merkt man es wieder, ne? Aber wir bräuchten auch mal hier Wiederbelebungsdinge. Da rennt was. Das ist ein Spieler. Hat einen Hit. Er ist down. Der andere Teammate von denen scheint noch zu leben, ne? Oh. Ich werde auch angeschossen. Hat einen Hit. Da. Oh, okay. Das ist klar. Müssen wir holen. Direkt vor uns. Randa jetzt. Müssen wir holen. Den Pisser. Das wäre so ein sick-ass-Move gewesen gerade. Ich war gerade ein bisschen cocky, was das angeht. Egal, wenn die Jungs hier gleich über uns landen. Der ist one. Hat Hits? Habe ich. Sehr schön. Aber seine Mates spawnen jetzt gerade über uns. Tatsache. Einer hat einen Hit. Okay, alles klar. Hab die. Den einen Messer ich. Geil. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Die Mates landen hier weiter hinten. Wir gehen hoch, wir gehen hoch, wir gehen hoch. Gehen wir hier hoch? Ja. Vor uns, Spieler. Die liegen auf dem Boden, die liegen auf dem Boden. Von da oben hast du Top-Posey. Boah. Einen hab ich. Einen konnte ich holen. Beide down. Ein Trupp ist down. Stark. Sauber. Hier oben ist glaube ich nur noch Daten. Stark. Lass dich. Warte. Ich bin schon gehört, danke. Ah, hier ist geplindert. Ihre. Data Drive secured. Wollen wir den nächsten Extract checken? Irgendwas schießt dort hinten. Extract Kills holen. Weiß ich unten, Spieler oder was? Jo, ist weg, ist tot. Einer tot. Noch einer down. Den drin. Der wurde gerast, glaube ich. Ja. Ich nehme mal einen anderen Mutti-Typ. Anderen Mutti-Typ. Einen Mutti-Typ. Da haben wir hier Datenlaufwerke abgekloppt. Wir lassen dich mal kurz alleine. Ne, ich lasse dich nicht alleine. Lass mich nicht alleine, Bruder. Da unten im Häuschen sind immer noch welche, ne? Eben, deswegen. Pass mal auf, ich packe mal meine kleine Betty aus. Und meine Betty sagt mal kurz Hallo. Die haben auch Data Drives bei, ne? Der eine rennt weg. Hat einen Hit. Er ist wieder hinter die Mauer gegangen. Ja. Guck, wir müssen uns um die Mates hinter uns kümmern vielleicht. Achso, nee, ist einfach nur ein Drive. Dann nehme ich den mal. Wenn ich auch mal was habe. Ne? Ist noch mehr Daten oder ist es Spieler? Werde von links angeschossen. Auto mit Bots. Auto geplättet. Wir könnten theoretisch auch das Auto nehmen. Die Auto schon wieder, ja. Hm, ich wollte kurz sagen. What the fuck? Ja, es ist ein Palt schon wieder. Ich habe keine Arketenwerfer-Money mehr. Alles gut, ich schieße Sniper aus dem Autohaus. Fahrer ist down. Ja. Da hinten wird aber geschossen gerade, ne? Und geschossen wird nicht ohne Grund. Schauen wir mal andere Spieler noch. Hm, verteilen wir uns mal auf die Häuser hier ein bisschen. Denke ich auch. Ich schalte mal auch schon von diesem Dach. Gucken, von wo die Gegner gleich kommen. Ja. Da hinten sind Shots, wenn wir. Dann gehst du da rein, dann gehe ich hier rein. Warte mal, ich kann ja auch einfach scannen. Von hinten kommt nix. Achso, ob da der Drive kommen oder was? Da sind noch Spieler aus der Richtung. Hm, sie sind in Bewegung. Und von da kommen auch Spieler. Ei, ei, ei. Wir sind in der Mitte. Sind schon da? Okay, das heißt, wir werden gleich richtig hart gescheit-partied. Es ist schlimmer, dass ich hier bin. Einer down. Achso, ne, das ist ein AI. Sind das nur AIs? Okay, dann sind das nur AIs. Und dann kommt ein Auto. Ach, ne, das ist unser Auto. Also da hinten, der Ring, sind definitiv andere Spieler. Aber das sind drei, drei Experten. Ich höre dich, ich höre sich, ich höre sich, ich höre sich. Echt? Oh nein. Oh fuck, nein. Ei, ist das. F***ing AI, ey. Mann, AI. AI. Ist assig viel AI unterwegs gerade. Die gehen rein, ne? Ja, ich bin mit dem Auto da. Ist das scheiße. Wenn du herkommst, gekrabbelt, dann krieg ich dich. Nee, ich bin down. Nee, ich hab dich. Komm zurück mit deinem Leben hin. Boah, Maschine. Wir müssen rein. Was? Mission erfolgreich. Echt? Ja. Wir haben null extracted, ne? Zu bescheuern werden, so viel, ne? Hause verwurtert. Ja. Ja, es sollte wie so einen kleinen grünen Kreis oder so drumherum geben, um zu wissen, ob man jetzt nur mitkommt oder nicht. Mit seinen Daten, wenn man dann lebendig ist. Hm. Dann hupst man halt nochmal in der letzten Sekunde rein. Neun Kills, Alter. Hm. Gamer. Ja.